herzlich willkommen zu einer neuen folge fort mal ja ich bin heute alleine aber wir haben heute leider kein speziell gast da der mir im herzen weh tut aber natürlich haben wir nämlich der hier heißt du mit draußen hast du heißt und wollen wir landen bei tilt towers titel towers ist wieder da warum bin ich raus gesprungen rausgesprungen ich ruhe kam risula wie heißt du in echt doch nicht in echt hallo denk dran juki schneidet das video wenn juki das schneidet dann wird sie aufdenken what the fuck verstehst du naja muss ich dann wohl bei discord auflegen nein du bleibst nein darf ich gehen nein du bist eine geile sauber ist wusstest du das freunde danke für die 224 abonnenten vielleicht erreichen wir auch die 300 abonnenten wenn wir das erreichen mache ich ein fortnetz turnier mit dem gammeres er muss damit machen ob er will oder nicht oder ich mache auf der losung über rohblocks robux wie bugs vieles mehr wenn ihr das nicht verpasst müsst ihr natürlich ein like und ein was müssen die leute machen ein like und ein kannst es ordentlich reden bitte kann man das will ja mit mir poppen es stimmts abtisch gehört ich lege jetzt bei discord auf habe keine bock mehr auf dich naja ich lege jetzt bei discord auf okay doch du hast so laut im mikrofon gegeben bei ich gehe nicht kann auch egal ich gehe ja nicht schlafen du poppen nase was bin ich freunde es kommt natürlich auch in 24 stunden das verspreche ich euch der schon eingeplant am 24 wahrscheinlich auch ab 25 weiß ich nicht ihr klappt er findet am 25 12 stadt ich habe ja schulung so aber ich sage nicht welche schule ich bin sonst kommen ja jeder mich besuchen und sagt die werden also kam das kann man das machen würde ich kenne geht doch schlafen du bist müde ja doch bist müde wenn du gehst wo sie mit gehen kamer ist heute ja mit mir wenn ich bin aber er wollte ja nicht die poppen das wollte nicht stimmst kamera sobald es ist nicht na hallo ich wollte ja mit ihr wer los bin aber du weißt ja nicht ja ja hör auf zu lügen doch du hast deine versprechende man ja nicht eingehalten doch am fünften kriege ich ja was von dir habe ich das schon nur ja 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 what the fuck pump freunde jetzt kann ich mein handy poppen und laden ja du bist so eine geiles nudel was ist mit nächste woche ich bin ein schwein ich rufe gerade wen an wenn die person reingeht kriegt sie fünf millionen w-bucks wenn überhaupt ja gut die geht nicht ran da muss ich selber poppen warte ich ruf mal wen an das klingelt wohl dein handy kannst du mal ran gehen hallo jemand kannst du dich umschalten habe ich habe ich was verpasst ich sehe so hässlich aus dann muss bin ich hässlich das ist unten kannst du mich schrägten was und auch ich guck mal siehst du das guck mal in die kamera ich bedroh dich hennow oder ich schieße ist ja eine fucking messung was für messer wieder auf die kamera kommt ist die hässlich freunde lassen aber tatsächlich wieder hübsch aussehe und da war ich auch noch nicht meine verbindung ist schlecht verbindung wird hergestellt ok ja verbindung ist wieder da er weiß warum es nicht ging ich sehe so hässlich aus freunde lassen bleib von der naru da haben gesagt auch dass ich hässlich bin ja doch m doch ja doch doch was du musst poppen wo wo was machst du hat wieder eine macke oder was heute sehen wir gambrus ihre marken an und komm und 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 für wen ich für warum wird sie das hier zeigen auch an die kamera das hier was redet du weißt ja wovon ich rede oder willst du doch jetzt nicht warum ich habe jemanden abgezockt Achtung abzocken oh ich lache mich aber gut was guckst du mich so an habe ich schon falsch habe ich irgendwas falsch gemacht er zu mir wichtig schwanger oder was was ist das für eine karte hallo sag es mir doch mal das tut schön nicht weh du hast zu viel geld mit und wie viel habt ihr und wie viel geld habt ihr insgesamt auf turnier wo eins für mich als für dich ist privat du willst mich doch forschen wer kann es bezeugen warum darf ich die nicht sehen darf ich das darf ich den auch sehen was ja ich weiß das ist ich weiß dass sie eh nein sagen wirst wollte mich forschen leck mich doch mal am ding am riem halbe million du willst mich doch forschen wenn du wen forschen willst bitte wen anderen warum darfst du da kein geld ausgeben warum darfst du da kein geld ausgeben aber ist doch nur ein bisschen geld ausgeben kann man doch da kann ich dich ausrauben da kann ich dich ausrauben und darf ich ne ne mach ich auch nicht für die auch nicht warum 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 und der grund ist warum das ist warte du zeigst dich doch nicht mehr an ok ne nein aber warte ich brauche einen song also geht das jetzt schon wieder los ja ja drück kannst du dich bei whatsapp stimmen darf ich kann es mir ein bisschen geld klein dann eben nicht darf ich ein bisschen hier ausleihen ich glaube ich muss doch wieder auflegen dann doch drei sänden nachher ist es hatte ich nur fragt ob ich ein bisschen geld ausleihen darf dann eben nicht so ist das turnier hier ausgerastet haben ja welche viele abgemeldet habe ich gehört ja ich habe ja nicht gesagt dass ich mich auch melde und ich habe und ich hatte ja gefragt wegen kronen dann habe ich sagte sagt ja kein grund auch nicht hier geht auch gar kein was an ich finde ich fragen hätte es dürfen tippe stellen müssen freunde ich mache bald ein belloturnier wahrscheinlich auch nicht kam es wäre ja kein belloturnier mit mir machen oder fortende turnier was auch immer ja ich sage es ist safe mit ich werde mit ihr dass sie eh nein sagen wirst sagt doch gleich einfach nein gut ist das doch ich sage es Okay. Hmm. Ich habe ja mal einen Hops genommen. Eier gelöscht. Was ich immer gerne sage, Hops genommen, Eier gelöscht. Aber würdest du mir ein bisschen Geld ausleihen? Okay, dann nicht. Hm. Doch kannst du. Dann schreibst du mir doch privat. Freunde, stellt euch mal vor, ich hole mir jetzt schon wieder ein epischen Sieg. Ein epischen Sieg. Freunde, am Dienstag werde ich wieder livestreamen auf YouTube, auf Twitch, auf Cake und viele Plattformen weiteren. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht auf Cake. Wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auf Twitch, YouTube und ja. Na ja, da werde ich auch zum Velo-Turnier was sagen. Ah ja, nicht Velo-Turnier. Wortnet-Turnier. Das ist alles zum Velo-Turnier. Zapp. Mit Leertaste. Freude. Das ist alles. Das ist alles. Oh ja. Herr Schmutz. Wir brauchen zu. Die Leer. Datadette. Es ist doch gar nicht. ja oder nein weil ich auswahl ausrufzeichen wasser machen will ja das klang wie pornofilm kardalo hast du den servo ist abgeschmiert der geht doch nur nicht warum geht doch nicht datenbank darf ich deine datenbank haben ich kipps auf noch acht spieler leben noch freunde ja 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 Darf ich poppen? Hallo. ich bin live hallo über sexuelle themen will ich nicht reden ach jetzt war ich mit sexuellen themen wer durchschreibt zum porn man geht es aber wieder ich will drauf spiel junge dein mit seinem gepflegt minika junge ich gehe offline meine das war es jetzt mit ich finde ich wird gepoppt du bist du bist Vielen Dank.